Chris Balthisberger, wie ist das, wenn man schon wieder so einen Startsignal im Play-Off hätte geben können? Ja, das ist natürlich schön. Ich denke, es war ein guter Match, wir haben einen guten Match gezeigt. Den Start haben wir zwar ein bisschen mitgehalten, aber ich denke, umso länger das Spiel ging, umso besser haben wir spielen können. Und ja, es ist sicher schön, den ersten Sieg nach Hause zu holen. Eine Waffe von euch in diesem Play-Off ist schon die Shorthandermöglichkeit, die ihr bekommt und ausnutzt. Warum ist das so eine Waffe? Schwierige Frage. Ich glaube, wir spielen sehr aufopfernd, vor allem Unterzahl. Und ja, wir blocken viele Schüsse. Und ich meine, wenn ein Schuss blockst, springt sie irgendwie aus der Zone raus. Und ja, alle schauen vorne und ich denke, das haben wir wirklich gut gemacht. Wir haben sehr aggressiv gespielt, wir konnten sich unter Druck setzen. Und ja, manchmal passieren Fehler und es ist natürlich super, dass wir so kaltschnürzig hätten sein können. Danke vielmals.